hallo leute herzlich willkommen zurück zu let's play jurassic world evolution so ihr seht schon ich habe ein bisschen geld angehäuft und das ist nicht das einzige was ich in der zwischenzeit gemacht habe wir haben hier nicht wieder sachen die wir verkaufen können alles verkauft gleich einmal 700.000 so läuft das denn es sind neue tiere auf dem weg wie ein großes tier um genau zu sein ein dealer focus da kann ich glaube die erfolgshate auch ein bisschen den ausbrutetempo ein bisschen erhöhen dann läuft das schneller denn ich habe nachgeforscht und ihr seht schon wir haben hier sehr viele tiere auch schon wieder in der forschung die ich jetzt beim geld im grunde hier rüberschäffeln gefunden habe hier sind noch sehr viel andere auch noch die mich interessieren werden immer noch freischalten müssen aber interessant ist das immer noch hier der indominus rex der spannende kam es auch ist auch eine sehr interessante sache kann man sich bestimmt man schon braucht man mindestens zwei von ansonsten sind die sehr sehr sozial niedrig er kommt alleine klar das ist super sonst hätte ich in zwei von denen hier machen können trago rex will ich nicht dieses sich ist verdammt nervig das tun wir in irgendwo ein einzelgehege rein setzen gelingen muss haben wir schon willst raptoren werden irgendwann mal eine option sind aber natürlich sehr sehr nervig und das ding hat eine wahrscheinlichkeit von überleben von 50 prozent was natürlich auch nicht gut ist die hat eine größere überlebenschance und der hier sowieso die leben alle sonst eh alle relativ gut also der hier überlebt zu 100 prozent der hier sowieso man bräuchte im grunde von deinem teil hier sowieso zwei eine der für die geschwindigkeit für welche sie sagen wir sehr sehr schnell und einer der hundertprozentig die ausblut also nur 60 prozent oder 90 wo wirklich eine hohe prozent zahl drin ist dass sie überleben weil da kannst du dann zb forschen in den anderen kannst du wenn du schnell dinos brauchst welche reinhauen außerdem habe hier irgendwo eine wetterstationen gebracht mit wenigstens unsere sachen hier unten schon mal geschützt sind ist eine von unseren aufgaben die hier zu bauen wir müssen hier sehr mit dem platz aufpassen was wieder sehr problematisch ist betriebsgebäude die kosten zum glück nicht so viel und dann kann man zum beispiel bestimmte punkte wie hier oben brauchen wir auch noch eins ich will mich jetzt mal da schnell drum weil einfach sehr sehr wichtig dass hier nichts kaputt geht okay lassen sie sich das jetzt nicht zu kopf steigen aber das war beeindruckende arbeit bei diesem auftrag die unterhaltungsabteilung auf isla pena hat ihren erfolg ihnen zu verdanken okay der teil ist aufgefallen dafür werden sie belohnt gute arbeit als nächstes müssen wir mal die besucherzahlen hochtreiben und dann sowieso die security wieder oder wir nehmen als nächstes dann eine security aufgabe an aber jetzt lassen wir erstmal den herrn hier frei setzen sofort ein ich wollte ihnen sagen wie dankbar ich für alles bin was sie für die wissenschaftsabteilung getan haben also vielen dank jetzt kommt die sicherheitsabteilung es gäbe da einen auftrag über den sie nachdenken sollten nee das habe ich gerade eben gemacht ich könnte mich umbringen ich wette meiner ist sogar mit einem starken herzdingsdachersyndrom modifiziert ach nö reaktionsgeschwindigkeit belastbarkeit immunreaktion 0 gehen was sollte ich den verbinden mit herzen modifikationen entschuldigung leute schau mal schnell wo die herzen modifikation drin ist da des starken herzens herzens so jetzt hat es nur noch eine 25 überlebenschance ist natürlich wieder blöd in dem fall deswegen die erfolgschance nach oben treiben wofür kostet er jetzt er ist jetzt wieder noch mehr modifiziert 1,8 millionen holy shit aber wir können ja wieder ein bisschen modifizieren weil hier ist ja nicht viel modifiziert worden an den dingen ja die lebenserwartungen zu steigern ist natürlich eine der wichtigsten sachen in dem fall auf jeden fall für mich ok ok jetzt übertreibe ich dann weil jetzt kostet er denn zu viel schon der ist ja eh schon 5 millionen wert oder wie war das t-rex hat den wert von 5 millionen kann ich hier draufklicken und das nicht mehr modifiziert und dafür muss ich erstmal wieder alles oben wenn ich den hier modifizieren anfange dann lebt er erstens ewig und kostet wahrscheinlich allein jetzt fast eine millionen mehr der t-rex hat jetzt eine wertung von 400 eine lebenserwartung von 116 und richtig viel kampfkraft ok jetzt schicken wir den noch schnell in sein neues zuhause aktivieren das hier ein neuer auftrag kam gerade rein machbar sage ich von ihnen akzeptieren wir für einen kleinen pflanzenfresser aha ich züchte in der nächsten zeit keine kleinen pflanzenfresser so wir müssen schauen was wir hier alles freikriegen was ich wiss hier nicht fände wäre zum beispiel der betonzaun elektrisch und ein großes kraftwerk oder die sicherheit hier ist wichtig so jetzt schauen wir mal bei allen an die sabotage risiko ist hier sehr niedrig die frage ist wenn ich jetzt auf allen mich zum beispiel stütze ob sie dann sauer werden wenn ich jetzt hingehe sagt sicherheit wir haben arbeit die interessant für sie sein könnte schieße ich mir ein foto das mindestens 10.000 wert ist in der dunkelheit ein foto zu schießen das 10.000 wert ist ist jetzt gerade nicht so einfach ist ja so nicht nur was dieser schwanz ist bislang ok ich glaube ihr seht sogar mehr als ich wir haben jetzt 8.000.000 machen 22.000 gewinn wir könnten ja mal kurz wo ist die bar hin ein guter punkt für eine bar würde ich sagen so eine bar ist ja auch wichtig da wird gegen meine tür geknallt so schauen wir mal eine gyrosphäre wäre natürlich da das ist doch auch cool das wurde gesetzt und sowas wenn man fast alles zugebaut hat da wäre der ideale platz gewesen wenn einer rundtour oder einmal hinter und einmal hier vor hier so rum produkt wurde transportiert dann versuchen wir mal mit einem unserer ranger autos ein teures foto zu schießen mal sehen tue ich in diesem park fast immer noch nichts wie viel ist so ein foto wert 5000 ein anfang 15.000 das foto haben sie ganz allein gemacht ja so ok der schnappschuss wurde gemacht sie haben die missionsziele erreicht und den sieg errungen nichts anderes hätte ich erwartet passt wir haben jetzt schon mal 95.000 plus das hat jetzt hier jetzt richtig macht jetzt richtig guten gewinn ich glaube vor allem weil sie auch eine bar haben ich glaube die macht auch gut gewinn hier ne ja die macht schon 350 ist schon mal ein anfang isla bla 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 däna wieder sicherheitsanfrage halten wir uns nicht mit den details auf im großen und ganzen ist das ein solider auftrag ok den sollten wir hinkriegen weil da sind wir ja schon relativ weit expeditionszentrum wir müssen doch schauen was ein tisianosaurus ist ist das was hier schwebt nein nein man merkt dass ich schon sehr viel verbraucht habe ne tisianosaurus schicken wir hier nochmal den Forschungsteams hin so ok ich merke mir nie wie viel kostet nochmal der Indominus 2,5 Millionen haaa haaa der Traum der hier kann sich auch wehren wir haben jetzt so ziemlich sehr viele dinos schon wenn wir die hier noch alle haben also was er jetzt grad will ist 60% eines Dino ihn hier will er zu 90% haben das kann ein bisschen dauern natürlich ne aber unser Park scheint nicht schlecht zu sein hier schon mit dem Gewinn von 97 ok aber ich glaube die wollen auch unbedingt modifizierte Tiere haben ne das kann es natürlich sein das Vieh ist hoch modifiziert und der nächste Nachgänger ist noch stärker modifiziert was erwartet man sonst von den Dingern wir modifizieren ja bis zum umfallen das Problem ist natürlich der ist zu 65% läuft das schief außer man setzt natürlich dann alles so ein dass es so jetzt gehen wir wieder Geld ran schade ist dass man hier keine dna kaufen kann zum Beispiel das wäre cool so schicken wir gleich nochmal unsere expeditionsmannschaft fort ist jetzt ja auch grad wurscht aber ich will gerne diesen das spielte meine Frau wieder den Tizianosaurus rauskriegen und so viel wie möglich beschaffen als witziges hier benutzt du fast die komplette Insel ok vielleicht auch nicht ganz aber der Rest schaut auch nicht so bebaubar aus wirklich so wir werden jetzt mal was machen und zwar werde ich das Tor umplatzieren zu dem Gehege also dahin baut das hier weg also sag ich jetzt was? oh scheiße jetzt sag ich grad das ist ja vom Strom jetzt hier das ist eigentlich nicht mein Plan ich wollte eigentlich nur das Tor hier entfernen weil ich hier ne Gyrus Fernstützung hinbauen würde gerne jetzt haben wir 1,4 Millionen so 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 wenn wir hier bis hinten ein bisschen laufen und alles so ich glaub unsere Fossilien sind angekommen verkaufen 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 jetzt haben wir von dem sowas Gutes wieder von dem eher weniger das ist ja schon von dem Leben hin schon von dem Leben hin so 1,3 Millionen noch so 1,3 Millionen ist trotzdem nicht wenig so ich denke so so ich denke so ich denke ich denke kann ich das so in der oberen Sicht sehen? kann ich das so in der oberen Sicht sehen? ne wie geht's denn die Lofo? sehr gut denen geht's allen sehr schön sehr gut den geht's allen sehr schön sehr gut ne fast eine halbe kilometer strecke vollständig bis jetzt ist das noch nicht so ganz beliebt Standard Tour schauen wir nach unseren Fossilien wieder was bekommen mit denen wir wahrscheinlich wir haben nur ihr wollt mich doch jetzt vertrammelt auf den Arm nehmen oder? kriege ich auch mal was irgendwie was funktionierendes was brauchbares kriege ich diesen Tichasaurus irgendwo anders auch noch her? Tichasaurus Zorosaurus Zorosaurus Parasaurus irgendwie was ist denn hier noch mit kommt der wieder oder fliegt der grad weg? ah der fliegt weg ok fährt jemand die Runde schon? ja da hinten fahren sie schon Dinosauriersicht 90% was willst du mehr? schauen wir mal bei der Sternenbewertung vorbei die Dinosaurier sind noch nie so vielfältig kann man verstehen dann sind ja noch nicht so viele Dinos auch dabei und vor allem auch nicht hoch gewertete oder sowas Modifikationenpunkte und so hin und her was mir wiederum gut gefällt ist der Rest Ihr Business ist immer Luft nach oben Denken sie über diesen Auftrag nach das ist ja praktisch so ich hätte trotzdem falls sie es noch nicht bemerkt haben ich stehe ständig unter Strom ich weiß es ist nicht dasselbe aber irgendwie doch ich hätte gerne genug Geld um einen weiteren Dilophosaurus zu züchten EINEN WEITEREN der bringt nämlich sauviel Punkte auch in der Genetik äh Modifikation hier schaut zwar die Expedition aus der eine kehrt gerade zurück von der Grabungsstätte und der andere ist Joa wir haben fast 100.000 plus das war nicht mal so schlecht so jetzt die Sache voll ein zum Beispiel die voll Geld ein das wieder nicht aber das wiederum schon so jetzt bin ich happy weil wir haben fast 2 Millionen ich kann eine Grabungsstätte besuchen lassen und gleichzeitig hier hinten noch einen unserer Freunde holen die Kärche werden natürlich auch mega cool aber den machen wir erst später erst mal den hier brüten und die Erfolgsrate komplett hochsetzen dann aber 60% mehr Erfolgsrate was für's brüten nicht einberechnet wird dass wir hier noch der rechnet noch mit dem alten Scheiße ok jetzt können wir nur hoffen aber Leute das war's mit dieser Folge ich hoffe es gefallen wird ja das unbedingt einen Daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder ciao